Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Rayman Legends. Ja, das ist mein Nachfolgerprojekt von Dark Souls. Das ist 2014 rausgekommen. War ja eigentlich früher exklusiv für die Wii U gedacht. Ist von Ubisoft. Und ja. Was soll ich auch sagen? Toll, mal starten. Fangen wir doch gleich mal mit einem neuen Spiel an, ne? Oh ja. Oh, ich hab doch keinen Soundcheck gemacht. Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert hemmungslosen Gähnens. Da ist einer sehr müde. Neben der Lichtung der Träume, einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchten sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Graue Waffner als jemals zuvor. Äh, wer seid ihr denn? Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden. Ja, sie sind legendär. Ah, es... Jeder wird überfallen. Oh, das muss doch wehtun. Ja, und mittendrin schlafen die Seelen ruhig. Und wacht auf, endlich. Die legen wir in Handklatsche. Das war der Soundcheck. Hey, hey, hey. Lass den Käfig frei. Los, Käfig, komm her. Der Käfig ist frei. Okay. Ziehen die... Ziehen die... Was wollt ihr denn? So wollt ihr mich besiegen? Haben sie auch! Hahaha! Sammeln, sammeln, sammeln. Ihr werdet jetzt platt gemacht. Hier ist was versteckt. Und rein da. Oh? Was muss ich mal... Uuuh! Och, ne! Uuuh! Uuuh! Okay. Das war ein bisschen hart. Und der König... Was ist das? König und der Königin. Äh. Wie... Aha! Hallo! Ich brauch dich. Ich schlag dich! Bist du Unkenntlichkeit! Da ist nix. Also muss ich da hinten hin. Hey! Los! Ich verprügel dich! Her mit dem... Her mit dem... Ganzen... Lümmels! Oder wie die da sind. Aua! Lachen nur! Warum die Musik? Hat das irgendwas zu bedeuten? So. Okay. Hebel aktivieren. Da ist noch was! Ich wusste uns jetzt ja, was da steckt. Hüah! Hüah! Du bist jetzt befreit Wuss Hehehe Okay Diese Rätsel sind geil Hey Blöde Geister Wuss Da war ein Gegner drin Rein da Da ist der nächste König Okay Das wird ein bisschen lustiger Und drei Na Noch zwei fehlen Her mit dem Na andersrum Ähm Achso Ich muss Mich kratzen Hier kommt kein Hilfe Also Oh Das war gemein eben Ah Das sind viele Geister Oh 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 Haha Überlistet Und ich habe alle Ist ja schon ein guter Anfang dafür Und wer Da ist zu lange dauert Was? Kleine Kalamität war das, glaube ich Und ich habe 10 Es gibt ja ziemlich viele Level in dem Spiel Auch welche von Origins, die ich auch mitspielen werde Gehe ich da schon rein? Nein, den Part nicht mehr, nein Nö Ach so Man klingt immerhin pro Level ein Glücks los Das muss ich auch noch machen Rubbel, 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 rubbel Ach, Geld 500 Looms Und ich werde als Rayman die ganze Zeit spielen Ganze Zeit Nur Rayman Nein Andere nicht Nö Es heißt ja nicht zum Beispiel Glowbox Legends Nein, es ist Rayman Legends Also heißt es Rayman spielen Oder Nö, 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 nö Habe ich eigentlich jemanden frei noch? Das letzte Level Das letzte Level Achja, hier muss ich gucken. Das Ding, das kommt Glowbox. Ja, wapp, 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 wapp. Das ist irgendwie wie so eine laufende... Der wirkt so irgendwie wie eine laufende Wasserflasche. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.